mega kreativität bringt doch direkt mal vielleicht mal aus dem spiel star wars mal so laserpanzer rein oder ja so panzer die sich beamen können von der einen seite der map bis auf die andere seite das wäre doch mal auch mal super nachgedacht wenn ihr sowas machen würde ich meine wer schon ebr panzer hier rein bringt die mit 180.000 kilometer pro stunde sogar meinen panzer kugeln ausweichen können ja bringt doch einfach mal laserpanzer hier rein oder panzer die sich beamen können oder die mit licht und warp geschwindigkeit durch die map fliegen ja hier am besten noch von start star trek noch hier die kernfusionsreaktoren als motor und dann ja dann wird das spiel auf jeden fall noch geiler und bitte bringt ja nicht den waffenträger auf e100 zurück ins spiel ja wunderschöner deutscher panzer mit dem autoloader habt ihr aus dem spiel raus gelöscht einfach so nur weil ein paar kinder rumgeheult haben dass der doch angeblich op sei den wunderschönen waffenträger auf e100 rausgenommen dafür in ebr reingebracht sehr gut nachgedacht an der stelle wirklich muss man sagen hier ist schon wieder so ein elendiges botvieh alter ja friss frisst du elendiges frisst du elendiges ja kriegst du jedes mal wenn du hier hoch fährst kriegst du so ein ding komm probier noch mal ja genau mitspieler gesucht so sie roh so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nee, du, das wird nix. Das wird nix. Das wird nix, meine Freunde. Das wird nix. Der One-Shot EBR, den ich runtergeschossen habe, der lebt immer noch. Die haben den nicht totgekriegt. Der war schon low HP und fährt immer noch seit einer Stunde da durch die Gegend. Das wird nix. Das wird nix. Guck mal, der EBR, der kommt jetzt sogar in unsere Base rein, Alter. Den haben sie immer noch nicht tot, Alter. Den haben sie immer noch nicht tot. Diese elendigen Spacken. Die haben den immer noch nicht tot, den Typen. Das wird nix. 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 Das ist schon längst gelutscht, Alter. Das ist schon längst gelutscht, Alter. Ihr habt's mal wieder vermasselt. Gegen so viel Panzer machst du eh nix mehr, Alter. Der Drops ist gelutscht. Das ist schon längst 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 gelutscht. Heftiger Typ, Alter. Der meint doch tatsächlich, dass ich cappen soll, Alter. Was ein Spacken, Alter. Als ob ich jetzt cappe, ey, Junge. Du hast sie doch nicht mehr, Alter. 40 Sekunden noch. Ich bin schnell. Aber ob das schnell genug ist? Wenn ich mir einen Schuss fressen kann, müsste ich den rausholen können. Ich bin schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ein deutscher erste deutsche kaiserliche panzer trupp 18.500 gefechte brudikowski